Host A verschickt ein Datenpaket an die Hosts B, C und D, welches aber nur bei B und C ankommt. Host D erhält das Paket nicht. Danach sendet A ein Sender-Report-Paket an B, C und D. Nach einem gewissen Zeitraum schicken B, C und D ihre Receiver-Report-Pakete an A, wobei B und C das empfangene Paket von A bestätigen und D berichtet, dass er kein Paket erhalten hat seit dem letzten Sender-Report.